Achtung an das Personal, wir wünschen einen schönen Tag des ersten Kontakts. Die Feierlichkeiten finden in ausgewiesenen Freizeitbereichen während der regulären Pausen statt. An das Führungspersonal, bitte reichen Sie die Gäste und den Schichtwechsel ein. Für das Wartungspersonal aus Sektor 3 findet heute das verpflichtende Sicherheitsdrehen statt. Guten Morgen, Plastikmenschen. Guten Morgen, Mr. Pinkis. An die Arbeit. Alle A500 Einheiten melden sich bei Ihrem Ausseher für synthetische Personale. Alle anderen Versorgungseinheiten kriegen zum Tag des ersten Kontakts frei. Nur wir nicht. Was haben wir verbrochen? Bei einer Notbesetzung zieht immer irgendwer die Arschkarte. Hey, F8. Hast du es letzte Nacht ordentlich krachen lassen? Aber hallo. Ach ja, was hast du gemacht? Gar nichts. Aber hallo. Aber hallo. Hey, F8, ich habe einen Witz für dich. Was ist braun und klebrig? Teratogene Kühlmittel. Isonukleare Rückstände. Mit Bosonen eingereichertes Nanopolymer. Brauner Kleber. Verstehst du es? Nein. Der Typ macht mir eine Gänsehaut. Hey, er kann dich hören. Na und? Man kann sie nicht beleidigen. Das sind keine Menschen. Aber er kann ohne Mittelmeer-Titel massive Titanschutz durchschlagen. Ich wünschte, die würden wieder ohne Amino-Matrizen im Replikator verwenden. Allerdings. Weltraum-Ananas aus der Dose, hm? Ich weiß ja, was braun und klebrig ist. Hör dir einfach vor, wie das in einem Stern ist. Das Essen ist braun und klebrig. Das ist braun und Witz. Der Typ da kann sich glücklich schätzen. Der muss diesen Frass nicht essen. Das ist wirklich braune, klebrige Scheiße. Kann man damit auch fliegen replizieren? Was machst du da? Sicherheits-Alarm. Multiple synthetische Arbeitseinheiten wurden kompromittiert. Geh sofort, er weg! Die Flickerschilde in allen Sektoren von Utopia Planitia aufgefallen. Ich wiederhole. Scheiße. Sicherheits-Alarm. Multiple synthetische Ar... ...Zentrale, hier ist die Versorgungseinheit A19. Synthetische Einheit F8 ist kompromittiert. Er hat einen von uns getötet. Ich wiederhole, er hat einen von uns getötet. Die Waffe runter! Fehler im Gitter entdeckt. Begeben Sie sich unverzüglich zu den Sicherheitszonen. Eindämmung fehlgeschlagen. Sofortige Evakuierung. Orbitales Verteidigungssystem kompromittiert. Notfall-Evakuierungsprogramm tritt in Kraft. Fehler breitet sich auf alle Systeme aus.